So, grüß dich, wir haben uns im Power & Fitness Center Regensburg für Elyco entschieden. Auch hier bei den Stahlplatten, ganz, ganz wichtig für uns gewesen, dass wir eben kalibrierte Scheiben haben. Das heißt, wenn hier 20 Kilo auf den Scheiben draufsteht, dann ist es aufs Gramm genau 20 Kilo. Wir haben hier Scheiben von 25 Kilo bis 1,25 Kilo. Das heißt, ihr könnt hier wirklich euch perfekt auf den Wettkampf vorbereiten. Gerade bei Kraft-Dreikämpfern ist das richtig, richtig cool, weil die eben vor allem bei den hauptsächlichen Wettkämpfen eben mit Elyco dann auch ihre Leistung abrufen werden. Deswegen ist es optimal, wenn man dadurch schon im Training mit seinem Equipment trainieren kann. Und da haben wir nicht gegeizt und haben ordentlich eingekauft. Also ihr könnt hier richtig, richtig gut für Kraft-Dreikampf trainieren. Aber auch für alle anderen Orthonormal-Trainierenden sind solche kalibrierten Scheiben auch nicht schlecht. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020